...Kampf 40 zu 34, 40 zu 34 und David Moskowitz wieder den Kampf von 38, 35, 39, 45, we got a winner by a unanimous decision. Ja, Freunde, auf Instagram haben die beiden das Ganze natürlich schon veröffentlicht. Callum hat auch ein eigenes YouTube-Video dazu hochgeladen. Islam Dolatov hat einen herausragenden Kampf gemacht. Ja, ich muss wirklich sagen, er hat mich sehr überzeugt mit seinem Profibox-Debüt. Sein Gegner ist ein starker Mann gewesen, 6 zu 2 Rekord. Und wenn man sich den Kampf live angeschaut hat, hat man gesehen, dass er ein bombastisches Head-Movement drauf hatte. Ja, der konnte auch sehr schnelle Kombinationen schlagen, hat aber irgendwann nachgelassen. Das Ganze war in der Runde 3 konditionell nicht mehr tragbar für seinen Gegner, weil er halt in den ersten zwei Runden wahrscheinlich auf einen Finish bei Islam gesetzt hatte und der auch immer wieder mit guten Treffern bei Islam durchgekommen ist. Aber dieser blieb standhaft und ist ab der dritten Runde einfach nur nach vorne marschiert, hat seinen Gegner gepressured und hat ihn hier wirklich auch einmal gedroppt, glaube ich. Er wurde einmal angezählt und hat dann den Kampf letztendlich per Unanimous Decision nach Punkten gewonnen. Und das war ein geiler Kampf. Also es war ein sehr, sehr nicer Fight an diesem Abend. Der Hauptkampf war auch richtig nice, aber für viele war auf jeden Fall ein Highlight, dass Roy Jones Jr. am Start war, Freunde. Unabhängig von der ganzen Action in Bezug auf das Fighten hat Roy Jones Jr. einfach einen Live-Auftritt gemacht und hat gerappt, ja, Can't Be Touch hat er rausgehauen als Songs. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Show, womit keiner gerechnet hat. Ich war auch baff, habe mich extrem gefreut, das live zu sehen und war ein sehr, sehr nicer Abend. Roy Jones Jr. hat sich im Endeffekt auch Islam Dulatov nach dem Kampf geschnappt. Ich habe leider kein Interview zustande bekommen. Ich war auch extrem kaputt und ja, man hat sich dann nicht mehr gesehen bei diesem Event. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall, wenn es dann wieder weitergeht Richtung Octagon, auch nochmal nachgeholt werden. War auf jeden Fall ein sehr geiler Abend. Ich glaube, er hatte selber auch extrem viel Spaß. Roy Jones Jr. hat ihm anscheinend danach noch ein paar motivierende Worte zugesprochen nach dem Kampf direkt am Ring, wo Islam dann auch ein Interview gegeben hat und sich bei allen nochmal bedankt hat für seine Reise. Roy Jones Jr. hat sich ja in Islam einen Jungen gesehen mit viel Potenzial, einen, der hungrig ist und der auf jeden Fall alles für seine Legacy macht. Ja, und ich denke, dass Islam Step by Step auf jeden Fall große Schritte angehen wird. Und in naher Zukunft, er hat ja schon gesagt, dass er in Prag nochmal kämpfen wird bei Octagon im Dezember. Das ist dann auch was Nices zustande kommen wird gegnertechnisch. Er sagte, thank you for your words after my fight. It means a lot to me. Er hat ihm anscheinend hier auf jeden Fall sehr gute Sachen für die Zukunft zugesprochen. Schreibt mir eure Meinung zu der Performance gerne in die Kommentare. War ein herausragender Fight. Lasst ein Like und ein Abo da Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.